Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir streamen heute eine Runde PUBG-Freunde. Bisschen spät dran, aber sind trotzdem am Start. Morgen Urlaub läuft. Vielleicht heute also mal ein bisschen länger als 10 oder so. Mal gucken, wie ihr Bock habt, wie ich Bock hab. Ja, schauen wir mal. Dann sehen wir uns hoffentlich gleich. Bis gleich.